Musik Der schönste Spruch, den ich jemals gehört habe, war von Rörich, dem russischen Forscher. Der gesagt hat, wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann über seine Zukunft nicht sprechen. Und viele dieser Objekte sollten wir sehr viel genauer anschauen. Und jetzt, um die Erklärung zu geben, da ich eben wie gesagt vorhin schon kein Wissenschaftler bin, möchte ich Nassim bitten, dass er zu den folgenden Fotos, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe, einige Erklärung geben kann. Bitte, please, Nassim, can you explain these photos? Thank you. Thank you. So, Klaus came to me with these pictures a few months ago and kind of threw me for a loop. I was just amazed to find these pictures. These pieces, they are the first pieces I've seen in archaeology that so descriptively seem... Everybody understand English? Yes. Is there people that have a hard time with English? Nassim, ich habe vor einigen Monaten, wir haben uns ja schon kennengelernt bei einem Kongress, beim Nexus Kongress letztes Jahr in Australien. Und ich war begeistert von Nassim und er war wieder begeistert von meiner Arbeit und so kommt man eben zusammen und ich war vor allem glücklich, endlich einmal auch mit einem Top-Wissenschaftler Informationen austauschen zu können. Und ich bin der Meinung, wenn man Informationen gibt, dann kann man auch Informationen erhalten. Und wie ich Nassim die Fotos geschickt habe, habe ich ihn zwei Tage später angerufen und habe ihn gefragt, Nassim, hast du dir die Bilder angeschaut? Sagt er, welche Bilder? Sagt er, du bist ein guter Freund, ich habe dir Bilder geschickt. Habe ich gesagt, schau einmal nach. Dann hat er gesagt, ja, wait a minute, hat nachgeschaut, dann hat er drei Minuten nur mal gesagt, oh my God, oh my God. Und ich habe gelacht, weil ich gewusst habe, wie ich die Bilder gesehen habe, habe ich gleich gewusst, da muss ich Nassim fragen, weil das geht genau in seine wissenschaftliche Theorie. So, um, you know, here in this piece, for instance, first of all, the piece, um, look very much like the vehicle that is, uh, portrayed on it. So the piece itself, um, and, uh, the, uh, the object is obviously arriving in the solar system. We see planets around it, the sun here, um, it's flaring quite strongly. Uh, das Objekt, das man hier sieht, was könnte ein UFO sein, kommt in das, uh, Sonnensystem, und man sieht die Sonneneruptionen, man sieht die Planeten im Umfeld. And, um, you know, this is, um, very, very distinct, uh, physics, uh, that we know of. This is very much, uh, a description of, uh, what we call a wormhole in physics, which is a consequence of Einstein field equations. Uh, was man hier rechts sieht, ist, uh, a wissenschaftlich bewiesene Sache ist ein Wurmloch und geht in die Einstein, in what? Field equations? Field equations? In die Einstein-Feld... Okay, yes, and that was, uh, first, uh, worked out by John Wheeler, and, um, you know, the, what's really remarkable here, first of all, you know, these pieces, usually in many of the pieces that, um, Klaus and I have been looking at for some 20 years, or 25 years, you know, you, there's a certain amount of interpretation that has to be done, a certain amount of decoding. Uh, in den letzten Jahren, bei Objekten von mir, bei Objekten, die Nassim recherchiert hat, uh, wird viel, uh, hineininterpretiert. Ich hab's gut,ектrchen, aber, Tapfer-Gabiner, auf Neuformel, wo man hinwegーん kontrolliert hat. Okay. Ja. So, basically, um, you know, usually there's a certain amount of interpretation that has to happen, Aber hier gibt es keine Interpretation. Es ist ziemlich klar. Das ist natürlich ein Spaceship, der aus dem, was wir callen, ein Wormhole. Und was wirklich spannend war für mich war, dass in Standard Physik, wenn wir die Mathematik für ein Wormhole, in Standard Physik, man hat das Wormloch, das Wormloch kommt aus dem Wormloch heraus. Ja, und in Standard Physik, in der klassischen Physik, the wormhole mouth is billions and billions of times smaller than an Atom. Millionenfach kleiner, smaller than an Atom. Ja. Und so, it's conceptually impossible to travel through wormholes. Darum sagt die Wissenschaft, ist es unmöglich, durch ein Wormloch zu reisen. Aber, there is one possibility, und that is that spin, at high velocity, can open the mouth of a wormhole. Ja, jetzt gehst du aber her. Come on. Weil, yes. Bei der Wissenschaft lacht es bei mir aus. Hemo. So, there is a possibility, Ja, durch die Drehung öffnet sich das Wormloch, wird größer. But that possibility is only possible in the physics of spin in Einstein Field Equation, which is something I put in to Einstein Field Equation. Thank you. Es ist nur möglich über diese einsteinische Feldgleichung, ne? Yes, please, come on. Very nice. Super. Thank you. We know each other. No problem. Thank you. Okay. Dadurch, dass Nassim halt den Spin reingebracht hat in diese einsteinischen Feldgleichung, ist es möglich, dass sich das halt öffnet. Entschuldigung. Hat das jetzt jeder verstanden, oder soll ich es nochmal wiederholen? Okay. Okay. And so, basically, here you can see that the wormhole is spinning, and that is opening a mouth for the spaceship to come out. Man kann halt sehen, dass an der einen Seite das Wormloch klein ist und sich immer weiter erweitert und dann im Endeffekt das UFO rauskommen kann. You want to go to the next? Yep. So, here we have an even more amazing piece, and, you know, you are all some of the first ones to see these pieces. Also, noch ein beeindruckendes Bild, und wir sind welche der ersten, die das sehen? Die ersten. And you can see, again, we have a solar system. Here is a planet with an atmosphere. Das Sonnensystem, und der Ring, den er da gezeigt hat, ist ein Planet mit einer Atmosphäre. And this planet with an atmosphere must be the Earth. We, you know, we can assume it's the Earth, but it's definitely a planet with an atmosphere. There is a ship here and a ship here. Yeah, wir nehmen an, dass es die Erde ist, weil es eine Atmosphäre hat, und man sieht dann halt diese Schiffe, die Richtung Erde, weil wir es annehmen gehen. And there is a nice little blow-up of what's inside the dome of the ship. In case you're confused about what it is. And this is as well, you know, you can see the steps here, typical of, you know, pyramidal step pyramids. Yeah, man sieht da halt, diese Streifen, das sieht aus wie eine Treppe, und das erinnert eben an diese Stufenpyramiden, die man überall findet. And here we can see that this ship is following a comet that is coming at the Earth. Or at least at the planet that's here. And you can see that this UFO, right, which you can see is moving at high velocity, is doing something to push the comet. Also, wenn man sich das UFO im Endeffekt anguckt, dann kann man annehmen, dass diese Streifen von unten eine Bewegung mit einer hohen Geschwindigkeit ist und dass es eine Interaktion zwischen dem Kometen und dem UFO gibt. So, this could be a representation of an event, either in our past or in our future. Ja, im Endeffekt muss man annehmen, dass es eine Repräsentation ist von irgendeinem Event, das entweder in der Vergangenheit gelegen hat oder in der Zukunft, weil jetzt ist es ja nicht. And so, a very interesting piece as well. May I say here something? Yes, yes, yes. Oh, you have a mic. Ah, ja. Sorry. Von dieser Darstellung gibt es einige gravierte Steine, wo man einen sogenannten Raumfahrer, könnte man sagen, wo man den sieht. Und wie ich die ersten Bilder angeschaut habe und mehrere dieser Darstellungen gesehen habe, habe ich gesagt, Gott sei Dank hält der die linke Hand hoch, weil wenn er die rechte hochhalten würde, dann hätte ich ein Problem mit Wiederbetätigung in Wien, wenn ich die Stücke in die Ausstellung bringe. Weiß man nicht. Wir haben noch keine Altersdatierung Stein. Stein kann man nicht Altersdatieren. Das ist ja das einzige Problem. Bitte. Zentral-Amerika. So, so if here you have you know, you shouldn't be recording this. No recording. Okay, so here we have other pieces. Again, we have a solar system. The sun is very clear here. We have a planet with an atmosphere. We have another planet here. And we've got an ascending ship here. Another one down there. and then one inside the sun flare. And as you will see in my conference, I'm gonna show you the mathematics and the reason why it may be appropriate to think of the sun as a doorway to travel through our galaxy and even in our universe. And the ancient people always called it a doorway. So here we see a UFO coming out of the sun, very specific. UFO aus der Sonne raus ziemlich deutlich dargestellt. and then one inside the sun is very clear. Do you want to go to the sun now? Yeah. Okay. Okay. It's okay. It's okay. Es wurde dort bei den Objekten auch ein Kristallschädel gefunden und zwar mit einem leicht vorgehenden Kinn, der innen hohl ist. EIR EIR É É Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!